Ein 0 zu 3 gegen den Lask war die erste Niederlage für Roman Melich als Sturmtrainer. Heute gibt es Revanche und die Grazer im Blau legen richtig gut los. Couragiert, ambitioniert, mit Zweikampfstärke. Schon nach 30 Sekunden dieser Pass von Pink auf Jakob Janscher, der statt Krozzorek in der Anfangsformation steht. Und der erste Abschluss ist da. Der Lask sucht nach Lösungen. Die Grazer bekommen die Torchance. Nach dem Pass von Maricic und keiner gelungenen Abwehr von Trauner macht sich da erstmals Kapitän Stefan Hirländer bemerkbar. Wenige Ballverluste bei Sturm in dieser ersten Hälfte, aber wenn es mal passiert, dann brennt hinten gleich der Hut. Schau, Klaus, das ist Minute 25 die erste nennenswerte Torchance für die Linzer. Der Brasilianer, der mit den offensiven Ausrufezeichen in dieser ersten Hälfte auf Pass von Goiginger gelingt ihm dann auch der erste Schuss auf das Tor von Jörg Siebenhandel. 29 Minuten sind da gespielt. Die Gurke für Maricic, der nur ungläubig weiterschauen kann. Dann kommt Klaus beim Haken fast aus dem Treterabschluss. Nicht gefährlich, weil Siebenhandel die kurze Ecke zumacht. Zumacht. Die 34. Minute. Holland wieder auf Klaus. Der spielt einen unfreiwilligen Doppelpass mit. Fabian Koch und der applaudiert dann, weil er weiß, sein Fehler hätte hier teuer werden können. Jetzt schließt Klaus auch schon mit links ab. Trifft zum zweiten Mal in diesem Spiel das Außennetz. Ja, Oliver Glasner ist nicht unzufrieden. Diese Szene bringt ihn in Rage. Dominguez gegen Jean-Victor. Für mich keinerlei Berührung. Für Schützrichter Altmann auch nicht. Er zeigt Jean-Victor gelb wegen einer tief fliegenden Möwe. Oliver Glasner geht vor Ehrfurcht in die Knie. Kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Sie war aber richtig. Die 45. Minute. Golginger erobert da gegen Marisic kraftvoll den Ball. Was macht er dann? Er schießt das Runde weit über das Eckige. Und einen haben wir noch kurz vor der Pause. Freistoß Jantzscher. Und dann blocken die Linzer wie Jakob Pöltl in der NBA. Zunächst Trauner und dann Wostry gegen die Herren Lehmann und Spendelhofer. Doppelchance für Sturm. Sekunden vor dem Pausenpfiff. Aber es bleibt nach diesem Pausenpfiff beim 0 zu 0. Altmann erklärt Glasner nochmal diese Elfer-Situation. Der scheidende Lask-Trainer gibt sich dann auch geschlagen. Sturm zu Beginn der zweiten Hälfte sehr präsent. Mit der Balleroberung da am eigenen Strafraum. Und dann geht's ruck. Zug Jantzscher auf Gideon Mensah. Der sprintet. Spielt auf Jakob Jantzscher. Der spielt den Ball zurück zu Mensah. Der verfehlt das Tor. Hauch zart mit dem Außenriss. Ja, die Sturmspieler sehen begeistert zu. Mit Ausnahme von Michael John Lehmann. Der war nämlich völlig blank an der rechten Stange. Wurde aber von Mensah übersehen. Eine Viertelstunde nach der Pause gespielt. Erstmals der Lask mit einem Abschluss. Ein Weitschuss von Peter Michoel. Der weit am Tor vorbeigeht. Nur eine Minute später diese Szene. Spendlhofer mit dem Pass auf Kiteschwili. Der Lask ist offen. Kiteschwili auf Jakob Jantzscher. 1-0-Sturm. Das Comeback-Tor von Jakob Jantzscher. Sein erster Treffer in der Bundesliga seit 2012. Sein 35. insgesamt. Und einen kleinen Schönheitsfehler. Denn beim Abspiel von Kiteschwili ist der Routinier knapp. Aber doch im Upside. Die Führung für die Grazer zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Hinten nichts zugelassen. Vorne die Chance eiskalt genützt. Der Lask auf der anderen Seite läuft weiter planlos an. Fabian Koch eigentlich mit einem Befreiungsschlag. Aber Alexander Schlager patzt. Und Markus Pink geht nicht an Altersschwäche zugrunde. Sondern stolpert den Ball irgendwie mit dem Knie ins Tor. 2-0 nach diesem unfassbaren Fehler des Linzer Torhüters. Markus Pink hat zuletzt im August getroffen. Jetzt macht er sein viertes Bundesliga-Tor. Aber Schlager, der sich in dieser Saison bis dato noch nichts zu Schulden kommen hat lassen mit einer unfreiwilligen Vorarbeit. Für Pink geht es gerade noch gut. In Minute 75 ist diese Partie durch den zweiten Treffer der Grazer so gut wie entschieden. Der Lask bringt in der zweiten Hälfte keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor an. Bis zur Nachspielzeit. Dann wehrt Spendlhofer diesen Schuss von Klaus mit dem Arm ab. Es gibt Freistoß. Peter Michal 1 zu 2. 90 plus 3. Michals zweiter Saisontreffer. Der Zweite, den er per direkten Freistoß erzielt. Weil da plötzlich keine Mauer mehr war. Eine Riesenlücke, die nützt er durch die Beine von Ramsebner. Aber nicht mehr ist möglich. Sturm gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Und Jakob Janscher ist endgültig zurück in der österreichischen Bundesliga. Und wie ist das?